Der Rheinfarn hier ist eine absolut unterschätzte Pflanze. Es gibt nämlich total viele Tierarten, die auf den Rheinfarn angewiesen sind. Und viele von den Tierarten, die tragen den Rheinfarn deswegen auch im Namen. Fangen wir mal mit der Rheinfarn-Maskenbiene an. Die sammelt nämlich bevorzugt Nektar und Pollen am Rheinfarn. Und auch ganz viele andere Insekten finden hier Nahrung. An den Nektar kommt man nämlich auch mit einem ganz, ganz kurzen Rüssel ran. Und somit findet hier quasi jeder etwas. Weiter geht es mit den Käfern. Es gibt zum Beispiel den Rheinfarn-Schildkäfer. Der lebt bevorzugt auf dem Rheinfarn. Und es gibt auch ganz, ganz viele Falterarten, die auf den Rheinfarn spezialisiert sind. Zum Beispiel den Rheinfarn-Mönch oder den Smaragd-Falter. Die bevorzugen allerdings nicht Nektar und Pollen, sondern die brauchen den Rheinfarn als Raupenpflanze. Da futtern sich nämlich die Raupen dieser Falterarten durch. Daneben ist der Rheinfarn aber auch für Menschen total interessant. Der wird schon seit jeher quasi genutzt. Der schreckt nämlich allerlei Ungeziefer ab. Zum Beispiel Flöhe und Schmücken. Und deswegen haben früher die Menschen den Rheinfarn in ihre Häuser gehangen. Und zum Beispiel auch als Kissen- und Bettfüllung benutzt, um lästiges Ungeziefer möglichst fern zu halten. Und das können wir uns natürlich heute immer noch zunutze machen. Und das kann dort sein. Und dann bleibt den Rheinfarn-Struktur.